Selbst mit zu viel Gigabyte? Das sagt er jetzt nur so. Ja. Nein. Na klar. Gleich Döööö. Wenn es leckt, gehe ich direkt wieder raus. Okay. Ausnahmsweise. Dann gehe rein. Macht er aber nicht. Macht er sowieso auch nicht. Monitor. Oh, kann ich nicht schreiben. Doch, es leckt. Ich bin aber gar nicht im Trilog. Ein Flash ist auch gemeint. Ich habe den Diamant vergessen. Running on the Monitor. Ah, es funktioniert wieder. Oh nein, ich habe zu wenig. Ah, der Ding noch gut. Da, da. Na, jetzt geht es wieder. Dead Aim. Dead Aim, Bro. Hey, wie konnte der mein Atomkraftwerk einschalten? Ist da Uran drin oder was? Junge. Was ist da los? Was ist da los, ey? Ist da Uran drin? Jo. Glaubst du, ich kann das Portal auch mit dem Yu-Yu-Meta machen? Mann. Das ist alles unnötige, ne? Ich weiß, ob es die Yu-Yu-Meta rein. Ich schmeiß es halt mit Yu-Yu-Meta um mich. Okay. Das ist bei Die of 20 so ein Meinung. Und Parts. Da, Twilight-Portal. Oh, haben wir gehört. Bin ich drin. Hey. Ich glaube, das leckt. Ja, es leckt. Ja, lass es erst mal downloaden. Okay, warten wir einfach im Menü. Ich kann die Truhe nicht öffnen. Wir haben jetzt wieder Zugriff auf den Web-Interface. Das können wir neu sparten zur Not. Okay. Warum haben wir das eigentlich schon wieder geändert gehabt? Keine Ahnung. Und tschüss. Und timeout. Bei mir steht er noch downloaden. Firmflare. Schön, Johnny. Ja, ist raus. Bitteschön. So gut gemacht. Danke. Johnny, lass die Finger weg, von was du nicht weißt. Wie war das? Ja. Muss ja was dauern. Müssen wir nochmal einen kurzen Cut einlegen, oder? Also von... Ganz kurz. Vom Rahmen her ist das eigentlich in Ordnung. Okay, ist wieder. Ja. Also da hat er. Ja, da hat er nämlich gar keine Probleme mit. Ja, so, aber es ist wieder da und ich bin im Tor. Ja. Ja. Irgendwie, naja. Na, es geht wieder. Leckt's bei euch? Nö, es geht. Okay. Ich weiß, ich lauf gerade im Tor. Leck. Leck. Doch, bei mir leckt das so ein bisschen. Doch, ein bisschen, ja. Hat er recht. Ja, komm ich wieder zurück. Ich hab immer recht. Ich hab immer recht. Alles müh, ich platzier's was und dann verschwindet das wieder. Ach ja. Johnny, du bist schon so ein Affe. Danke. Hu hu hu. Bitte. Tp... Oh, Tps-Wade. 378 MS. No. Wieso nicht? Boah, Alter. Die letzten 20 Ticks sind nur 7 und jetzt die letzten 200 Ticks 6. Danke, Johnny. Ja, du musst auf die Time Between Last 2 Ticks achten, also diese 42 MS, die jetzt da steht. Aber wir sind 36. 36. Ja, weil ich jetzt wieder zurückgegangen bin. Ja. Ich wollte nur mal gucken, ob der geht. Hey, wo schmeißt der denn meinen Schrott raus? Hat der gelitten, der Junge hier? Ja, so wie du, ne? Ich hab grad zum Forzen mein Mikrofon rausgemacht. Boah, Respekt. Respekt, Johnny. Ey, ich muss dich mal dafür loben. Ja. Ist der Daumen hin, wird man nicht loben, ne? Ich lobe dich dafür nicht, hallo? Nachher bildest du dir noch was ein. Wozu sollen wir dich loben, Johnny? Hallo? Ich bin wie ein Hund, man muss mich trainieren. Hm. Nein, lass mal. Lass mal, lass mal, lass mal. Bloß nicht. Oh, ich gehe in die falsche Richtung. So, als würde ich nochmal so schnell auf Eis werden. Boah, Alter. Da noch boosten. Boah, Alter. Johnny, ich finde das geil. Die Quantum Rüstung kann ja noch boosten. Ich war gerade top-speed in der Boost gemacht, mit der. Von was, die Schaden, Johnny. Ist gleich Serverabsturz. Ja. So, ne, ich werde es höchst gekickt. Na, das ist Johnny wieder schuld. Gut, dass ich Flying aus, also das mit Flying, hab ich ausgemacht, dass man da wenigstens nicht gekickt wird. Ja, auch. Hab ich heute auch mitbekommen. Ist doch besser so. Hatte ich das nicht eigentlich schon eingestellt gehabt? Hat mir schon von Anfang an, glaube ich. Ja, ist doch besser so, dass wir was haben. Dass das aus ist. Ich kann ja mal gerne meine Pumpe wieder anmachen, dass das Wasser wieder wegpumpt. Dann legt's eh wieder. Normal ist das nicht eingestellt. Ey, welche Wasserpumpe? Was für ne Wasserpumpe? Wenn ich das bei mir im Crowby, wo ich abgecroyed hab, da ne Wasserpumpe rein tue. Ja, mach doch. Und, ähm, ne, da legt der ganze Server. Ja? Ja. Was mach ich da denn gerade? Ja, wo machst du denn da ne Wasserpumpe rein? Nämlich das Wasser da wegkriege. Mach doch irgendwie anders. Wie denn sonst? Das Pumpen wär am einfachsten. Mach einfach mit dem Filler das komplette Loch zu und, äh, heb das nochmal aus. Ja, hast du ja nicht, ist ja nicht dreifache doppelt zu arbeiten. Ja, und du hast doch genug Strom. Du Vogel. Komm, ich bau alles mit Diamantblöcken zu. Ja, mach, komm. Ja. Mach. Einfach nur, weil ich hab's da. Ich glaubst du, dass du das wirklich machst. Doch. Und du hast Jux und Dollerei. Und Johnny hat das Style und das Geld. Äh, ich hab, ich hab, ich hab. Ja, genau. Das hast du. Ihr Video wurde wegen Gamer-Content gesperrt. Na und? Bitte wiederholen Sie Ihre Nachricht nach dem Piepston. Piep. The person you've called is not available. Johnny hat'n Knall. But there's one day fear. Drainborn Dover Kim. Was, was Centus nicht erwarten hat. Johnny hat'n Knall. Oh, kennt ihr, ey, kennt ihr noch vom Gronk Bekloppt Musik? Ich bin bekloppt. Ja, man, lass mich grad'n. Zumindest diese, äh, diese instrumale Musik. Spielen wir Sims? Alter, oder was? Boah, wir dürfen niemals Sims zusammenspielen. Ich glaub, die... Oh ja, müssen wir machen, Alter. Ich glaub, die ganzen Buhen würden nur abfackeln. Ich sperre eure Sims erstmal mit nem Stuhl ein. Ich hab da schon Bock drauf. Kann man das überhaupt online spielen? Ja, ja, klar. Echt? Ich meine, ja. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Boah, das... Die bekloppt ein WG, wär doch geil. Boah, Junge, Alter. Ich glaub, ich würd'n reinen Schaden bekommen. Ich hatte letztens... Ja, absolut. Ich hatte letztens ne, äh, ne... Boss Risp, Alter. Die hat mich voll angekotzt. Die hat irgendwie 200 Live oder sowas. Oh, 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 oh. Hast du schon wieder deine komische Energy-Flash rausgeholt? Hab schon wieder geguckt. Ah, jetzt bin ich wieder voll motiviert. Motivation. Du bist eben bekloppt. Zeig, da war ich noch warm. Ich muss langsam mal was bauen, Alter. Ja, mh, ist klar. Ausgerechnet du. Oh, 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 oh. Ne. Das Haus ist ja nicht das Schönste. äh, dann gebe ich die ausnahmsweise mal echt aber ich bin eh nicht so, äh Alter, bei mir ist ein Rentier durch das Portal gekommen oh mein Gott ist genau wie mein Haus, meine Häuser sind auch immer geil erstmal einsperren, das Rentier sind immer die gleichen Häuser äh wir werden Rentier haben, von euch nein wir werden Fuchs haben dann denke ich immer, what the fuck's, ja dann schlage ich den ring, ding, 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 ding hast du denn schon mal geschlagen, so ein Fuchs? boah, die kreischen da so komisch ja, dann sagst du vorher, what the fuck's says, Alter und dann haust du das Ding ja, ist klar, Flash das war was denn? ich glaube, ich lasse das Rentier jetzt mal von meinen Turtles umbringen kleiner Tierkühlein ja, nachher kommt Peter oder so oder Greenpeace Peter Pan ja, geh mal in die Mobfarm jetzt gleich, leck, 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 obwohl 60 FPS macht doch gar nichts deswegen das Rentier gerade in meinen Mobfarm runter boah, du Tierquäler und tot ist es warum machst du denn bitte sowas? ich frag mich immer, für was dieser Atar of Souls ist, Alter ich hab den ja schon aufgebaut ja, ich hab das auch schon mal gegoogelt, aber irgendwie, keine Ahnung das hat mich denn jetzt an, irgendwas macht mir immer schade, ach schuldig, das ist ein scheiß Wisp ja, die sind da oben, mal die, hier oben auf dem Ding wo das Ding da ab? die Wisp-Bomber hab ich schon längst abgebaut ja, hast du mir halt hier rumgefuscht? boah, Dead Aim, Alter, ich hab boah, das war ein Sniper-Schuss du kriegst ja schon wieder Latte, oder was? hatte ich nicht vorhin 60 Level, jetzt hab ich wieder 23 hm, weiß ich nicht hm, weiß ich nicht weird things happen to you I don't know, but you are care ihr habt beide so einen Schaden 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 George Blue Story, Bro Two-Story-Bro Ich will nur sagen, die Eisenmaschine läuft, aber ist auch immer so Es läuft bei dir Ah, ja dass musst du jetzt angucken Cool, dass es bei dir läuft cooul også bei dir läuft Ja, der läuft ich weiß nicht, ob die Diamanten-Mist läuft, ja Two-Story-Bro Ja, ja Hu, das freust du dann vermux ich weiß es nicht ich weiß es nicht Mr. Trashback tödliche Erfindung Mr. Müll einmal her YouTube News mit Mr. Trashback Daumen hoch abonnieren Fuß hoch das war klar das wieder kommt das doch das doch schon Standard wenn man so sagt Daumen hoch Fuß hoch Nase hoch ich glaube du hast auch so ein bisschen so Damage genagt erst einmal den Penis in die Hand denn dann ist alles gut oh so ein YouTube Klassiker was aber auf dir geht nicht 3 4 1 2 3 4 Hupen auf den Tisch 3 4 steht hier auch so auf Schlittentitten oh man Alter guck auf den Wecker Schlittentitten sind doch voll cool Mann ey immer um diese Uhrzeit müssen wir diese perversen Themen rauskommen oder was Johnny Johnny warum läuft mein Foxmate nicht die ganzen Videos die kommen doch ein bisschen vor 20 Uhr da dürfen wir die solche Themen nicht ansprechen also jo kleine Kinder wenn ihr Schlittentittenfreundinnen habt dann oh man oh man oh man Johnny echt oh Johnny was dein Schlittentitten ist doch voll cool oh Johnny oh das steht hier mehr auch so ich muss das alles rauspiepen ich hab da keinen Bock drauf ich hab da keinen Bock drauf Johnny komm warum machst du das so so nein ich feier das voll eigentlich ich sag jetzt mal ein ganz böses Wort Analverkehr böh okay ok man warum funktioniert mein Foxmate nicht mehr Darmstadt oh man da muss er aber lachen dann sagt der kleine Stift zum großen Stift Wachsmalstift Prozent ich denke jetzt wird sein dass wir sagt man aber dass er gesagt man es ist ein Mann bekannt worden ist es ist ein Mann denn es hat ganzer Mann eine Selle ganzer Mann denn es hat man ganzer Mann ganzer Mann das war ein falsches Lied was Weihnachtsmann Weihnachtsmann du hast große Säcke warum ich frag mich ab und zu warum komm ich google jetzt mal nach lustigen Sprüchen die haben wir nicht ne hä warum ist die Erde ach Erde Sand warum ist die Erde was jetzt schon nichts ist unmöglich dann schlag mal eine Drehtür zu früher war alles besser gestern war zum Beispiel Sonntag ok Johnny nein bitte ich muss dann immer lachen hör auf lass bitte sein die Intelligenz verfolgt mich aber ich bin schneller ja das glaube ich ich weiß nicht ob ihr sie versteht bist du Single dann lass mal eine LP machen Single von wegen Musik ja ich fall